...unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Na, natürlich doof, ne? Hört sich jetzt selbst in die Luft gejagt. Super. Gut, ich brauch den richtigen Munitionstyp, sonst hab ich nämlich ein Problem. Alter Schwede. Medical Expert, verbessert Ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit hat. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren bestehenden Freunden. Medical Expert, du hast ein erstes Körpertonikum erhalten. Körper, du machen die Stärke, okay. Etwas mehr Gesundheit, das ist vielleicht nicht schlecht. Gibt's hier noch irgendwas? Na, das mit dem Dingbuchs ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich mach doch nix! Ich vergesse... Die Little Sister ist da ja noch. Oder? Ne, kann nicht sein. Warum kommen die dann die ganze Zeit her? Ich bin doch schon fertig. Lass mich nochmal den ganzen Scheiß nochmal in Ruhe looten, ey. Du hast nicht einmal Ruhe hier. Diese Lübbel, ey. Boah. Gibt's hier irgendwas? Ne, hier muss ich auch wahren, okay. Komm ich da unten irgendwo hin? Ne, geht nicht. Ne, geht nicht. Das hat doch eben noch geleuchtet. Oh, die Eifspritze nehme ich mal. Vielleicht kann ich mich hier unten entlang schleichen. Weißt du, was ich meine? Hier. Hoffentlich ist das auf der Aufnahme nicht zu dunkel. Ne, hier ist noch zu. Oder schon, ich weiß es nicht ganz. Schade. Schlag, der hätte ich lang gekonnt. Wäre ein nettes Gimmick gewesen. Ja, mit einer Ortsang hier rumlaufen. So, das ist nur eine Genbank. Was geht denn hier ab? Bin ich da runter? Soll ich da runter? Oh, ja, ja, ja. Was habe ich mir hier bloß angetan? Ey, ich hätte auch leicht weiterspielen sollen. Aber ich nehme die Herausforderung an. Man will ja jetzt nicht meinen, dass man hier alles auf leicht durchspielt. So, nach unten, dann nach rechts und dann wieder so ein Teil nach unten. Super, dann ist die schon mal auf meiner Seite. Ey, warte mal, ich will das jetzt mal hacken. Okay, ähm, ich muss da runter, da lang. Das ist gut. Das ist schon mal ganz super. Boah, ist der schwer zu hacken. Aber es geht eigentlich. So, die sind jetzt auf unserer Seite. Na, komm her. Boah, meine Reflexion ist nicht von Arsch. Hallo, ich würde gerne... Na, komm, ist egal. Was zum... Hm. Das Ding ist einfach viel zu stark, ey. Das ist unglaublich. Zumal die Raketen echt nicht... Bin ich schon wieder hier und ich habe keine Heilung und ich habe keine... Da kriegst du doch einen Krampf im Arsch, ey. Boah, ich bin echt nicht gemacht für das Spiel, glaube ich. Scheiße, ich bin die ganze Zeit am Sterben. Das müsste ich normalerweise rausschreiten. Ne, komm. Darauf geschissen. Warte mal, wie viel Kohle habe ich denn? Fünf. Wie kann ich denn so low sein? Hallo, Fisch. Schade, dass man mit dem nicht Baseball spielen kann. Ah, Verbandskasten. Kartoffelchips gegessen ist immer gut. Ach nee, der schon wieder. Wir lassen uns aber in Ruhe, solange wir sie nicht angreifen. Und solange der keine Little Sister dabei hat, brauchen wir auch nichts. Oh. Oh. So, 200 Adam. Hypnishize Big Daddy. Da brauchen sie einen Bodyguard für alle Fälle. Ein neuestes, unser neuestes Hypnoseid Plasmid wird ein Big Daddy täuschen, sodass sie, so dass er sie schützen, als wären sie eine Little Sister. Mache ich später. Ähm, Plasmid Slot kostet 100 Adam, nehme ich auf jeden Fall. Will ein Plasmid aus? Ja. Nein, 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 nein. Nehme ich noch einen. Warum nicht, ne? So, 160. Gesundheitsupgrade, Eve Upgrade. Super. Zorn, Sonic Boom, Ziel-Dummy und so weiter und so fort. Passt. Hypnotize Big Daddy. Oh, geil. Können wir jetzt so einen großen für uns kämpfen lassen? Daddy. Oh, wo ist der denn hin, ey? Und der Schöne müsste auf unserer Seite sein. Okay. War hier nicht eben noch so ein Big Daddy? Telekinese, Elektro-Bolt, Abfackel, Hypnotize Big Daddy. Den hätte ich mich gerne auf meiner Seite, weil ich glaube, der ist nämlich richtig gut. Aber ich befürchte, der ist weg. Schade. Menno. So, jetzt möchte ich mich gerne nochmal irgendwo heilen. Habe ich überhaupt genug Kohle? Sechs. Ach. Die geben alle nicht so viel Geld, ne? Also, ich muss hier lang. Wollen wir aber noch umsehen. Hecken. So. Das dahin. Das dahin. Dann so eins nach oben. Dann hier auch nochmal eins nach oben. Dann habe ich schon mal ein bisschen Freiraum. Dann brauche ich so eins nach oben. Passt. So. Verbandskasten kann ich mir natürlich nicht kaufen, aber Kartoffelchips. Super. Hat jetzt nicht so geklappt, wie gedacht. Aber immerhin ein bisschen. Ah, Verbandskasten. Super. Ist ganz schön dunkel hier. Aber nicht nur auf der Aufnahme, sondern auch im Spiel. Das soll aber auch so sein. Dass man sich gerade hier so... Limit erreicht. Okay. Wie gesagt, das soll alles so sein. Ne, kacke. Ich will mich jetzt nicht mit einem Big Daddy anlegen. Retten hin oder her. Hier gibt es ein Zahlenschloss. Aber... Ich probiere es einfach mal. Jetzt muss ich nach oben. Dann brauche ich das da. Dann brauche ich das da. Da brauche ich noch so eins. Ne, das geht nicht. Okay. Doch. Super. Das konnte ich hacken. Schmugglerkiste. Da ist nix. Im G-Patron. Verbandskasten. Verhör. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gewählt, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns von Tane und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonalds weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Okay, gut. Wissen wir Bescheid, Fontaine. Kacke. Auch noch kein Schrot. So, da oben ist noch ein Big Daddy. RPG-Geschütz. Ja, das kann ich natürlich nicht. Den müssen wir eigentlich platt machen. Nee, kann sie vergessen. Ah, der macht zu viel Schaden. Fuck. Ich werde, ich glaube, ich bin jetzt in einer Patz-Situation. So, ich bin zu oft gestorben. Ich habe zu viele Sachen verwendet. Und die Big Daddy schaffe ich einfach nicht ohne irgendwie mit Fallen und so ein Kram. Na komm, das ist ein Ding. Ähm. 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 Oh, Kacke. Scheiße, ich hätte nicht ahnen können, dass der so ein Dingsbums wirft. Scheiße. Gut. Mist. 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 Ist er jetzt auf meiner Seite? Nee, das klappt nicht. Ich habe ihn sauer gemacht. Ah, scheiße. Ich wollte Sister retten. Ah, wir brauchen unbedingt das Adam von denen. Na gut. Dann bin ich jetzt mal ein bisschen entspannter. Vielleicht kann ich ihn ja jetzt mitnehmen, wenn er nicht mehr sauer ist. Dann haben wir so einen gewissen Beschützer. Nee, das kann ich auch mal nicht. Also mit dem Genton, mit dem Gentoniker habe ich mir nichts Gutes getan. Ich habe echt Probleme damit. Ich kann zwar EVE benutzen, aber ich kann damit nichts machen. Nee, die kann ich nicht mehr. Alter, frisst er viel. 11 Jahre ReREAM Nein. 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 Mann. Nein. 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 fishing. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird so nix. Ich habe einfach nicht die richtige Muni dafür. Und ich bin in diese Kackmine reingeraten. Nee. Komm her. So, retten. Doch! Doch! Normalerweise hätte ich die jetzt ausbeuten müssen für den Ärger, den ich mit der alten hatte. Ich glaube, wir kriegen 120 Adam, wenn wir die ausbeuten. Aber das ist es mir eigentlich nicht wert. So, da lang muss ich. Schon mal ganz gut, dass wir jetzt ein paar Little Sisters schon mal haben. Es war jetzt ein ziemlich harter Kampf. Wie lange nehme ich auf? Oh, 40 Minuten nehme ich schon auf. So, was habe ich denn hier? Eve?